Okay, dann werde ich mal kurz die Schwierigkeit erhöhen, und zwar von Profi auf Meister. Damit wir ein bisschen mehr Erfahrung kriegen. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht zehn Stunden, um so einen Portal-Run da zu machen. Hm, das Ding kann sogar noch mehr Intelligenz haben. Interessant. Aber sonst ist das Ding ziemlich gut gerollt eigentlich. Man könnte ja mal versuchen, die Intelligenz höher zu kriegen, aber jetzt renne ich erst mal hier in so ein Nähfall im Portal rein. Ja, fertig. Na gut, wirklich viel länger dauert es nicht. Sehr schön. Sehr schön. Wieso kritte ich eigentlich schon? Warum? Ist doch nur zwölf Prozent. Na ja. Na ja, komm. Hier kommt euer Tod. Ich glaube, ich habe den bösen Voodoo geändert. Ich glaube, der hat jetzt Tanz des Zugschlagens und nicht mehr Mana. Aber gut, was soll's. Funktioniert ja auch so. Na? Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Aber da ist eine Kiste. Ah. Toll. Dann geht's da hinten weiter. Dann geh ich hier zurück. Kann's kaum erwarten, endlich Level 70 zu sein. So. Ich brauche mehr, Mann. Ich brauche mehr, Mann. nur noch ein einzig- mal mehr. Das ist das nicht mehr. In meiner Moment ist so der Schwestern zum Fluss. Und nicht mehr. Dann gehen wir mit der Schwestern, aber das in meiner Sicht ist er. So. Ja, ist ja gleich vorbei. Oh, ein Erfahrungsgipf. Geht aus dem Weg. Lasst mich an den Brunnen. Geht doch. Warum nicht gleich so? Gut. 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 Gut, gut. Ja. Man merkt das schon bei den Elite-Gegnern, die Schwierigkeitsstufe, dass die jetzt ein bisschen schwieriger ist. Da brauche ich jetzt länger, bis die plattkriegt. Hebt er noch alles? Ja. Ah. Bam. Gut. Gut. Läuft doch. Jawohl. Verbindung. Komm schon ein bisschen schneller her. Ah, super. Oh, der Friedhof. Sehr schön. Ich habe schon wieder ein halbes Level. Ernsthaft? Jetzt laufe ich erstmal zurück, weil ich hätte mich ganz viel Zeug liegen gelassen habe. Das wollen wir ja nicht. Hier ist auch noch eine Truhe. Ein Piloten, der macht. Der kam gerade genau richtet. Ey. Ist das hier nur so ein kleiner Friedhof oder was? Völlig untypisch. Ah, da geht es ja noch weiter. Ah, warte mal. Bräume. Ah. Ah. Bräume. Ah. was ist denn hier nischt gegen das kämpfe ich da auch gegen so eine gegen so eine ein vorbote der pestilenz ich habe nicht genug mana da ein würdiger gegner nidro ryan doch ryan der verheerer schutzschilder ich hasse schutzschilder geht doch na geht doch fall doch um jetzt mein gott hartnäckiges kärlchen gib mir das so ganz viele goblins ich werde bekloppt ah nein verdammt nein 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 was denn los hier wer trifft ah lass mich durch boah wie viele sind denn hier das gibt's doch nicht nein nein elitepäcker jetzt gerade geh weg ah nein 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 die geister sind mir wohlgesonnen oh stufe 50 oh stufe 50 aber hier sind noch goblins der portalwächter ist hier ja na klar alle auf einmal ah 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 du gehörst mir goblin Ja, danke. Nein. Nein. Ja, das ist jetzt natürlich der Nachteil, wenn man alle Hunde alle Hunde Begleiter und alles ruft und dann direkt vor der Tür erledigt wird. Ah ja. Dafür liegt da jetzt jede Menge Scheiß. Und ich hab auch schon wieder Gold. So typisch. Ich muss die jetzt ein bisschen einzeln aufreiben, sonst treffe ich gleich wieder auf alle. Also Ah, einer ist noch da. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass hier noch eine Goblin-Armee sitzt. Ich brauche mehr Zeit. Nicht ernsthaft. Bleib doch stehen. Ah, hör auf. Ah, ich geh wieder nach oben. Noch mehr? Was ist hier los? Hört auf. Ah. Oder warten die? Das gibt's da überhaupt nicht. Ich seh nix. Ich will den grünen Goblin haben. Ah. Hilfe. Hilfe. Oh nein. Ich seh nix. Gar nix. Ah. Nein, 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 nein. Ah. Lass mich in Ruhe. Hier ist schon noch einer? Noch nicht bereit. Wo kommen die her? Hör doch mal auf, mich immer weg zu teleportieren, du Sack. Hier ist mir gerade echt zu viel los, ey. Leute. Geht weg. Oh, ein Legendary. Nein. Wie schnell ist er denn? Jetzt gar nicht mehr. Ich seh nix. Ah, nein. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja. Nice, Jungs. Nice. Oh, Leute. Oh, Leute. Hört auf damit. Nein, nein, nein. Da kommt man nicht gegen an. Haha, daneben. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. Boah, geht doch. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, je.